Musik 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 Applaus 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 Ich bin Lorenz Waganzaama und ich bin der Ngotini Punduz. Ich bin der Ngotini Punduz und ich bin der Ngotini Punduz und ich bin der Ngotini Punduz. Ich bin der Ngotini Punduz und ich bin der Ngotini Punduz. Ich bin der Ngotini Punduz und ich bin der Ngotini Punduz und ich bin der Ngotini Punduz. Ich bin der Ngotini Punduz mielten直接 ins Hubert und vele Prester. Es ist auch bereit, mit dem E-Klips sehema. Es ist sehr schön und es ist sehr schön, wenn es LED Daytime Running Lights ist, aber es ist einfach so, dass die Chrom-Finish nicht so gut ist. Es ist so schön, dass die Chrom-Finish nicht so gut ist. Und ich fühle mich, dass die Chrom-Finish nicht so gut ist. Es ist so schön, dass es so schön ist. Ich habe auch noch eine Stichfinition. Ich habe auch noch eine Stichfinition. Ich habe das sehr gut gemacht. Ich habe auch noch die Features. Und alles ist einfach. So wenn man die Bege ist, dann ist alles klar. Die Ausgabe ist nicht so. Die Ausgabe ist nicht so. Das ist nicht so. Aber es hat alles. Es hat alles andere. Es ist nicht so. Das ist ein Riff, aber es funktioniert. Und die Re-View Mirror. Das ist alles gut, aber es funktioniert. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich denke, es macht die Brücke aus dem Aussehen. Aber es macht nicht Sinn. Aber es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Mit allen guten Features. und ja. Right, so Umas is a good drive. Wir haben die CVT. Wir machen die CVT, weil es normal ist. Aber es ist ein 6-speed Automatic. Aber es produziert 110 m.m. 190 kW. So, ja. Umu kruise, peace of mind. Comfortabel. Einmal mit einem Kuheni. Traction in Kona. Das ist ein Kuhl. 18-inches Lerweil. So, das ist ein Kuhl. Und das ist ein Kuhl. Einmal mit einem Kuhl. Aber es ist ein Kuhl. Das ist ein CVT. Dann ist es ein Pedal Shift. Das ist ein Kuhl. Aber es ist ein CVT. So, ja, ich denke, es ist ziemlich komfortabel. Ich denke, es ist eine sehr gute Familie. Das ist ein Kuhl. Das ist ein Kuhl. Ein Kuhl. Das ist ein Kuhl. Das ist ein Kuhl. Ja, ich denke, es ist ein Kuhl. Wenn wir heute Abend sind, haben wir gesprochen, und gehen Sie! Segen müssen, ich jetzt nicht wissen, wie viele Leute in die Brüder sind. Die Brüder sind 20 bis 25,000 sind. Wenn wir uns die Brüder verlassen, deshalb haben wir wieder davon 20 uns hernrekonten. Nun kommt's den TPP. Aber bei mir vorbei? Ich glaube, wir können das nicht sein. Aber ich denke, ich habe die Tröger gesagt, bevor wir die Brüder rausgehen, dann haben wir einen TPP? Na ja. Die Verkauf der Vögel ist der Bevölkerung der Vögel. Man sollte auf dem Niederlande gewinventen, und zwar auf dem Föller. Was die Verkaufsmerkungen in den Berlangen? Der Vögel ist ein Teil der Vögel. Denn es ist ein Teil der Vögel. Wenn man sie die Vögel ist, ist 34km, Ich habe die Kielung von 37 Kilometern, also bin ich zu 118 Kilometern. Also ist es so accessible, auch wenn ich meine Kielung habe, wir haben die Kielung von 4x4-Kielung. Wie ist die Kielung von 4x4-Kielung? Wie ist das Kielung von 4x4-Kielung? Na ja, Kielung von 4x4-Kielung ist eine Kielung von Wilderness. Wir lernen, Aber ich weiß, sie werden immer das Leben aufgehoben. Sie werden nicht so einfach für die Unterk particle gehen. Sie werden nicht so einfach gehen. Sie werden nicht so einfach gehen, sondern am Schiffmann. Vierten dort haben sie sich durch Sharms aufgehoben. Jede sind alle Aufmerksamke. Wir haben jetzt wieder die Fläche mit einer Fahrer fahren. Wir haben immer ein Blüter- und rundherall. Wir haben ein Blüter- und Strukturf starting. und auch die Unterricht der Natur. Es ist ein Kind-unzer wunderschön. Wir gehen und haben einen Fann. Wir haben auch die Tour. Es gibt viele Autos. Ich habe hier in meinem Land. Es gibt viele Autos, sehr schöne Autos. Du wirst immer noch nie glauben, wie wir in Zululand sehen. Was ist Ihnen ein Canoe? Es ist ein Canoe. Wir machen mountain climbing, wir machen mountain climbing, und wir bekommen viele Erfahrungen. Wir haben viele Aktivitäten, wie wir gesagt haben. Wir machen weddingen, wir machen Partial Parties. Das ist ein Ort, wo es alles in one ist. Aber wenn wir uns jetzt sagen, wenn wir uns nicht mehr arbeiten, dann kann man in unserem Klubaden. Dann haben wir uns jetzt hier ein paar Personen geprägt, zum Beispiel ganz einfach, wenn wir uns jetzt mal investieren, wenn Unsere Indie haben. Wir kommen uns darauf hin zu, so sollten wir uns jetzt mal mit den Platzern sch pratique. Wir sind heute da, wo wir uns jetzt alle die Geburt auf der Leute verlassen, dass wir uns heute vergleichen von Einrichtungen geben. Wir nehmen uns mal ein Konferenz, das ist ein Konferenz. Ich habe das Camping gebouw. Ich habe das Camping, die sich vor allem aus Wladen, da sie sich heute zur Handlichbüren anbieten. Ich habe da denischen Schalei gewöhnt, da ich mich zum Händen ab- und zum Händen, Es gibt nicht nur die Einfluss, sondern auch die Einfluss. Ich sage mir, dass ich die Zip-Line einfluss, die auch einfluss, sehr schnell, das ist ein Zip-Line, Fufi-Slide, und das auch einfluss, die auch einfluss. Ich habe mir gedacht, dass ich ein paar Hundert Euro bekomme, aber ich habe mir gedacht, dass ich ein paar Hundert Euro bekomme. Wie soll ich das mit einer Höhepräschen machen? Ich habe die Höhepräschen, die ich nicht mehr vom Höhepräschen habe, aber ich habe mir gedacht, dass ich es nicht mehr so viel mit der Höhepräschen habe. Ich habe mir gedacht, dass ich nicht mehr als Höhepräschen habe. Ich habe das Pädoy. Wenn man die Pferde vorwenden kann, wenn man die Pferde pfüren. Die Pferde pfüren, die man hier auf den Handeln kann. Die Pferde pfüren, die man hier auswählen kann. Das ist etwas anders. Ich habe schon, wenn man die Aktivitäten braucht, man kann man die Kaves für die Kaves, dann kann man die Kaves, wenn man die Pferde pfüren, dass man die Kaves auswählen kann. Sie können uns unterstützen. Sie sind sehr interessiert. Sie können sich die Nummer und die Webseite stellen. Sie können sich die Webseite anschauen. Sie können sich die Technologie anbieten. Sie können sich die Google Maps anbieten. Sie können sich die Daten anbieten. Ich gebe es auf 1.000 Euro, auf 1.000 Euro. Wenn Sie sich anschauen, dann kommen Sie auf 1.000 Euro. Das ist eine Facebook-Page. Das ist eine Instagram-Page. Das ist eine Instagram-Page. Wenn Sie sich nicht auf die Seite stellen, dann kommen Sie auf 072048122. Ich sage es 072048122. Ich würde sagen, dass ich das Beste anwesend ist. Möse, wenn du das Beste anwesend hast, ist, dass ich mich nicht mehr so für die Aufmerksamkeit betreffen, dass ich mich auch nicht mehr so für Sie. Das ist so, ich würde sagen. Das ist so. Wenn du dich anwesend bist, das Beste auswesend ist, dass du die Beste anwesend bist, dass du das Beste anwesendst, Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Wir haben hier einen T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Die Kuluma ist mehr als 100 Kilowatt. 0.200 Kilowatt, 3 Sekunden. Top Speed ist 300 Kilometer pro Stunde. Das ist das, was wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Lazi und ich habe ein Classics I-2, wie eine neue Range Rover, Evoque, SD. Es ist ein Facelift, nicht neu. Und dann ist es der Exekutive Hotel. Manche, es ist ein Weeres, aber es ist ein Classics. Ich meine, in den 80er Jahren, ich habe eine Art und Weise gemacht. Ich weiß nicht, dass ich die Ausgaben habe, dass ich die Ausgaben habe, dass ich die Ausgaben habe. Und wenn ich die Ausgaben habe, die Range Rover, ist es wert, dass ich die Ausgaben habe, eine Super-Luxury SUV? Ich habe die Ausgaben, weil ich die Ausgaben habe, weil ich die Ausgaben habe. Ich habe die Ausgaben in 2012. So, ich gebe min richtigen, es hab mirая, ich werde gerne diskutieren. Ich darf mir diese Ausgaben, habe ich alles bluege systems eingeführt und meine Lides ohne LED und rechts. 뉴衣 hertz und 21-J된 VKS 1800s. Der Überme An senior membres ersteckt Super-Dial distanziert. Es gibt einen Integrated Exhaust. Akeinst EX7. Against EGLS, Mercedes, do you think Uchi, is it still worth it? It's up to you. The suspension is a lot of pressure. The suspension is a lot of pressure. The suspension is a lot of pressure. The STV8 is a 4.4L twin-table V8, which is diesel. I think Gowami is a very refined engine. It's got that bubble V8, which you wouldn't expect, but it's got a nice bubble V8. It's got 250 kilowatts, 750 Nm, linked to an 8-speed gearbox. All-wheel terrain is basically four-wheel drive. We are new guys, we are going to get this, you know. I did a 0-100 GHz time on the phone. I got about 8 seconds. In a leg, it's not easy. We have pressure, we have two legs. So, even if we have five spots, but once on the move, I mean, the power corner is just always right there. The 750 Nm torque raised with it, it's proper. But for now, I'd say, it's worth it. Class, opulence, British style, it just makes an entrance. However, there are new arrivals that are offering similar type of opulence. More technology, more driver refinement, more handling. So, go back and ask you to get it. For now, we need the new arrivals. Show with us. Diener die Städte sind nicht auf einmal, als sie die Kuhlumang auf deistet sind, als sie die Kuhlumang auf kohlen wird, weil man das mir nicht bewusst ist, ist so viel zu sehen und als sie auch immer berührt. Wir wollen uns auf das Hashtag Fundematik und das Wichtigste, wir wollen uns bewegen, um die Kuhlumang auf die Kuhlumang auf kohlen. Was für die Kuhlumang aufs kohlen wird, Ich habe die Klaue und die Klaue, wenn ich das Klaue und die Klaue, das Klaue, der Klaue und die Klaue, die Klaue und die Klaue und die Klaue. Dort werden wir die Gewohnheit mit der Verbesserung. Die Verbesserung sind hier. Sie sind auch die Bedeutung. Die Bedeutung werden wir auf die Kredit-Facilite oder eine Kredit-Credit-Credit. Das ist das also. Wenn es hier ist, wir haben eine Telefonnummer. Wenn wir die Telefonnummer erstellen, dann können wir das Kredit-Credit-Credit-Credit sein. Wenn wir die Telefonnummer nennen, dann kommt das Kredit-Credit ab. imizi, ipengi diazugutu kokarangani. Okunye futi, wuyawazuksebenzisa iskwele itu uguti, uwazukseifa imali. Uholimali yako, uitaate, uifarukkredikati yako, uguti, lhalekona, ukombisu uguti, yikredikfasiliti yako, ingaka, inshambu 10,000 onigweona, wenawafaku 20,000 liyo mali. Izo velugutu 30,000 on available. But uyawazukupata, ngoba, upata raje njalo ngenyango. Konke loguweza ronuguti, die Menschenbundi, die Menschen haben. Wenn ihr你們odi gestattet wurde, dann haben wir eine Artikel. Jeine, was die Hörst damalige Seite Paradise ist, dass sie das Geld wert erwein ist. Deshalb haben wir den Deutschen Geldern gemacht. Wenn ihr die Arbeit zum Beispiel wenn ihr das Geld verliebt, wenn ihr sechs Euro anstellt, dann wenn ihr den тот das Geld schuliert, dann wurde das Geld-Yete mit der Arbeit auf die Krediter Euro ge�� mimiciert. Ich habe das Problem mit dem Thema, die ich an den Mhalskern, habe ich ihn mit dem SGBT, der heißt, dass die Mhalskern, aber die Mhalskern, der Sie wissen, dass die Mhalskern, der Sie auf die Mhalskern, die sich im SGBT oder in der Mhalskern immer wieder ausprobieren. Wir haben das Scholes, das ist ja immer noch ein Klamer, was wir haben, die ich nicht mehr ausprobieren, Das ist die Zahl der Gesamt-Masch-Sie. Wir haben hier ein Foto. Die Facebook-Masch-Sie. Die Facebook-Masch-Siein ist www.imotonline.se Die Facebook-Masch-Siein ist die Monat und die Foto. Das ist die Zahl der Zuschauer. Die Seite ist das eine Foto. Die Seite ist es im Weg. Die Seite ist das Bistur. Vielen Dank für's Zuschauen. www.imotoonline.co.uk www.imotoonline.co.uk For a serious hyper sports car, this is the boundary we were heading for and this is what we'd like to achieve. The biggest challenge is to get the overall package right. So that means not only design, not only aerodynamics, not only engine, not only tires. It's to get everything together and working in one car. The key was a good team and it was easy to find these people within Bugatti. I think most people have been 150 miles an hour sometime during their life. If you then add just another 30 to make it 180, that's a whole different world. Then when you get to 200, it's a lot faster than 180. So when you're talking about 300, it's a massive, massive step. Everything is fine, Andy, you can start. At that kind of speed, normally aeroplanes are flying in the air. And you have to make sure that the car will stay on the ground, is stable and not that nervous that the driver feels comfortable in the car and that you can drive that kind of speed without any risk. So when you're talking about this, it's a huge, massive, 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 Wow, guys, what a fantastic car. Dankeschön, Mercier, Mercier, I can't thank you enough. To get everything worked together in one moment and to head for the 300-mile boundary, it was like heading for the pinnacle of automobile competition. Thank you very much for joining us today, and we'll see you next time in the next video. Untertitelung des ZDF, 2020